Mit Audio Adventure kann man eigene Lieder kreieren und es ist ziemlich einfach zu bedienen. Bei Audio Adventure kannst du verschiedene Töne machen, wie zum Beispiel Geistergeräusche oder Türenknarzen oder noch andere viele Sachen. Außerdem kann man mit den voraufgenommenen Sounds die in seine eigenen Lieder einfügen. Audio Adventure ist ein tolles Tool, mit dem nach einem kurzen Einstieg eigene Stücke gestaltet werden können. Der Spieler kann und muss viel selber machen durch kreativ Items können eigene Sounds und Geräusche hergestellt werden, die in eine eigene Geschichte eingebaut werden können. Viele Alltagsgeräusche stehen aber auch bereits zur Verfügung. So können Aneinanderreihungen von Tönen oder eigene Geschichten gestaltet werden. Seitens аgil Seitens weit Untertitelung des ZDF, 2020